Du möchtest bis zu 200 Euro am Tag verdienen, dann könnte das heutige Video richtig für dich sein. Ich habe heute für dich wieder 5 spannende Webseiten am Start, mit denen du im Internet Geld verdienen kannst. Da ist die eine oder andere ganz coole Webseite dabei. Das sind ganz unterschiedliche Möglichkeiten, deswegen bleib auf jeden Fall dran, lass gerne ein Abo und ein Like da. Ich würde sagen, wir legen direkt los mit der ersten Webseite. Die erste Webseite im heutigen Video, habt ihr im Hintergrund schon ein bisschen gesehen, ist die Webseite Preply. Hier könnt ihr Geld verdienen als Online-Tutor, das heißt indem ihr online unterrichtet. Und ihr könnt hier selber, was ganz cool ist, den Preis festlegen auf der Webseite. Du siehst hier im Durchschnitt berechnen Lehrkräfte im englischen Bereich, das heißt wenn ihr englisch unterrichtet, 15 bis 25 Euro pro Stunde. Ihr könnt den Preis selber festlegen, das bedeutet es gibt auch Online-Tutor, die verdienen 30 Euro pro Stunde oder die verdienen 10 Euro pro Stunde. Je nach Fach, was ihr unterrichtet, je nachdem was ihr natürlich selber haben möchtet, könnt ihr hier den Preis selber festlegen. Nur als kleines Rechenbeispiel, 25 Euro pro Stunde, das würde bedeuten, wenn ihr 4 Stunden am Tag arbeitet, wären es 100 Euro am Tag. Wenn ihr einen normalen 8-Stunden-Tag hättet, wären es 200 Euro am Tag, was ihr hier verdienen könnt. Je nachdem, wie gesagt, wenn es 30 Euro pro Stunde sind, was ihr verlangt, ist es noch mehr. Deswegen, es hängt eben sehr stark davon ab, in welchem Fach ihr unterrichtet und was so die Konkurrenz für den Preis nimmt. Und je nachdem passt ihr dann euren Preis an und je nachdem könnt ihr dann von 10 bis 30 Euro pro Stunde verdienen. Du kannst selber entscheiden, wann du unterrichtest und wie viele Stunden du unterrichtest. Es gibt keine Mindestanzahl, die du unterrichten musst. Es gibt keinen festen Zeitplan. Das kannst du alles selber entscheiden, was ich sehr, sehr cool finde. Und du kannst hier über 100 verschiedene Fächer auf Preply unterrichten, von irgendwelchen Sprachen beibringen, irgendwelche Schul- und Universitätsfächer, Hobbys und künstlerische Fächer. Das heißt, du hast hier ein paar verschiedene oder tatsächlich sehr viele eigentlich Fächer, die du hier unterrichten kannst und mit denen du dann hier eben Geld verdienen kannst. Hier siehst du dann, wie werde ich Lehrkraft auf Preply. Du gibst erstmal ein paar Grundinformationen über dich an. Dann lädst du dein Portfolio hoch. Danach beschreibst du deine Stärken als Lehrkraft. Danach nimmst du ein kurzes Vorstellungsvideo auf, was so circa 2 Minuten dauert und danach machst du dann auch noch einen Verfügbarkeitstest und dann bist du hier Lehrkraft auf der Webseite. Ansonsten, wenn du noch weitere Fragen hast, du kannst hier ein bisschen was durchlesen. Da sind ein paar Fragen. Wie viel Geld du mit dieser Plattform pro Monat verdienen kannst, hängt jetzt natürlich sehr stark davon ab, wie du den Preis festsetzt. Ob 10 Euro die Stunde, ob 15 Euro die Stunde, ob 20 Euro die Stunde, ob 30 Euro die Stunde. Davon hängt es natürlich ab. Und natürlich hängt es davon ab, wie viele Stunden gebucht werden, wie viele Stunden du arbeitest. Dementsprechend können es 1000 Euro, 2000 Euro, 3000 Euro pro Monat sein. Je nachdem, ganz unterschiedlich. Aber wenn du eben als Online-Tutor Geld verdienen möchtest, könnte die Webseite Preply ganz interessant sein. Da sind auf jeden Fall 100, 200 Euro pro Tag möglich, je nachdem eben wie viel du arbeitest und wie hoch du deinen Preis festsetzt. Finde ich ganz cool. Kann man meiner Meinung nach auf jeden Fall abchecken. Dann haben wir die Webseite Content.de, eine sehr coole Plattform, falls du Geld für die möchtest, als Texter. Das ist wahrscheinlich mit einer der bekanntesten deutschsprachigen Texte-Plattformen. Es ist ganz cool. Meiner Meinung nach kann man die auf jeden Fall abchecken. Wie gesagt, du schreibst eben Texte und bekommst dafür Geld. Wenn du dich hier registrierst, musst du erstmal einen Test bestehen. Und wenn du diesen Test bestanden hast, bekommst du dann Zugriff zum Auftragspool und kannst dann dort die Aufträge erledigen und bekommst dann eben auch dafür dann Geld. Es ist eine absolut solide Plattform, wie gesagt, mit einer der bekanntesten im deutschsprachigen Bereich. Und du kannst zum Beispiel auch Hilfe suchen über ein paar Webseiten. Es gibt Webseiten wie duden.de, Rechtschreibprüfung online, wo quasi deine Rechtschreibung überprüft wird. Es gibt so Textanalyse-Webseiten, wo die Texte analysiert werden. Damit kannst du dir das Ganze ein bisschen erleichtern, dir ein bisschen helfen lassen damit. Und wenn du eben als Texter Geld verdienen möchtest, könnte Content.de, ganz interessant. Es ist eine coole Plattform, aber du musst eben erstmal den Test bestehen. Aber wenn du das bestanden hast, ist es ganz cool. Da kannst du den einen oder anderen Euro auf jeden Fall verdienen. Ist eine coole Plattform, finde ich persönlich auf jeden Fall ganz nice. Dann haben wir die Webseite LinkedIn. Hier kannst du quasi deinen Job finden oder auch dein Praktikum finden. Du siehst hier auch ein paar Vorschläge. Ingenieurwesen, Business Development, Verwaltungsassistent, Kundenbetreuung, Informationstechnologie, Marketing und so weiter. Und wir können hier einfach mal auf eins draufdrücken. Und dann werden dir hier jetzt verschiedene Jobs angezeigt. Du kannst hier oben auch nochmal nach Standort suchen. Hier war jetzt automatisch Wien. Aber du kannst hier nach anderen Standorten suchen. Du kannst hier nach einem Job suchen. Du kannst hier nach bestimmten Sachen filtern. Zum Beispiel eben, wenn du jetzt nur Remote Jobs haben möchtest. Das heißt, dass du von zu Hause aus arbeiten kannst. Dann findest du jetzt hier zum Beispiel Customer Service, Homeoffice, Wien, 10 bis 20 Stunden pro Woche. Du kannst hier die Stellenbeschreibung dann durchlesen. Und wenn dir das Ganze gefällt, kannst du dich dann hier auch bewerben. Ist auf jeden Fall ganz cool. Kann man machen. Du findest hier auf jeden Fall den einen oder anderen Job eben Homeoffice oder eben auch vor Ort, je nachdem wie du möchtest. Ist ganz nice. Finde ich persönlich. Vielleicht findest du hier bei LinkedIn ja den richtigen Job für dich, den du erledigen kannst, den du dann in nächster Zeit eben mit Geld verdienen kannst. Finde ich ganz cool. LinkedIn kann man meiner Meinung nach auf jeden Fall abchecken. Da findest du auf jeden Fall den einen oder anderen coolen Job. Jetzt eine etwas ungewöhnlichere Website und zwar die Webseite Paid to Read E-Mail. Hier kannst du wahrscheinlich, wie du am Namen schon denken kannst, unter anderem Geld verdienen dadurch, dass du E-Mails liest. Ist ganz interessant. Du siehst hier Earn Cash with Paid to Read E-Mails. Would you like to get paid for reading E-Mails online? How does it work? Three simple steps for you to get paid for reading E-Mails online. Es ist ganz einfach. Du registrierst dich hier. Du liest E-Mails und du wirst dafür bezahlt. Warum sollte man hier joinen? Du bekommst Daily Paid E-Mails, Quick Payment. Du hast 15 Dollar Payout Limit. Du bekommst 3 Dollar Sign-Up Bonus. Und es gibt die Möglichkeit täglich an Umfragen teilzunehmen, die zwischen 50 Cent und 1 Dollar vergütet sind. Und du hast die Möglichkeit Freunde anzuladen. Was man natürlich sagen muss, du siehst hier Low 15 Dollar Payout Limit. Meiner Meinung nach ist 15 Dollar Payout Limit ziemlich hoch und nicht ziemlich gering. Das ist für mich definitiv direkt schon ein Kritikpunkt an der Webseite, weil 15 Dollar ist einfach zu hoch. Also 5 Dollar finde ich okay. 5 Dollar kann man machen. 10 Dollar finde ich schon grenzwertig. 15 Dollar ist einfach zu hoch. Ist einfach zu viel. Deswegen das war definitiv direkt schon ein Kritikpunkt, den ich an der Webseite hätte. Ich habe die Webseite selber nicht getestet, muss ich an der Stelle aber auch erwähnen. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hatte die Webseite auf Trustpilot 2 Sterne oder 3 Sterne. Also auch nicht die besten Bewertungen. Ich finde aber auch einfach die 15 Dollar definitiv viel zu hoch. Muss ich ganz klar sagen. Und ansonsten, du bekommst hier, zumindest sagt es die Webseite selber, täglich E-Mails. So eine E-Mail ist im Normalfall so zwischen 1 Cent bis ich würde sagen maximal 5 Cent, 10 Cent maximal vergütet. Also für das Lesen so eine E-Mail wirst du ein paar Cent bekommen. Viel mehr wird es nicht sein. Das muss man ganz klar sagen. Und eben mit den Umfragen kannst du ein bisschen was dazu verdienen. Also du wirst damit wahrscheinlich nicht viel mehr als 5 bis 20 Euro pro Monat verdienen, wenn überhaupt. Also vielleicht eher so 5 bis 10 Euro pro Monat. Also du wirst damit wirklich nicht viel verdienen. Das muss man ganz klar sagen. Du kannst hier oben auf Service gehen zum Beispiel. Dann siehst du jetzt hier ein paar Umfragen zwischen 40 Cent und 75 Cent. Das sind ein paar Umfragen. Limit one per day. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Ich würde die Webseite nicht unbedingt nutzen. Da gibt es andere Webseiten, die ich vorher nutzen würde als die. Aber vielleicht möchte das hier jemand unbedingt nutzen. Vielleicht sucht jemand noch eine weitere Alternative, weil ihm alles andere nicht gefällt. Vielleicht könnte ja das dann für denjenigen interessant sein. Aber ich würde auf jeden Fall andere Webseiten nutzen. Check es natürlich auch gerne ab, wenn du das möchtest. Wie gesagt, ich würde eher Alternativen nutzen. Aber vielleicht trotzdem möchte es ja einer mal nutzen. Deswegen, ja, check natürlich auch die Webseite dann dementsprechend gerne ab. Dann haben wir noch eine etwas ungewöhnlichere Möglichkeit, im Internet Geld zu verdienen. Und zwar mit deinen Haaren. Ja, du hast richtig gehört. Und zwar die Webseite haarankauf.com gibt dir Geld für deine Haare. Wichtig an der Stelle ist, deine Haare müssen mindestens 33 Zentimeter lang sein. Dann kannst du dir zum Beispiel sagen, deine Haare sind 45 Zentimeter lang. Du kannst dir deine Haarfarbe wählen, zum Beispiel dunkelblond. Und dann gibst du dir hier noch ein Gewicht an, wie schwer deine Haare sind. Zum Beispiel 150 Gramm. Dann kannst du hier den Preis berechnen. Und dann siehst du, dass du zum Beispiel für die Haare 55 Euro bekommen würdest. Ganz entscheidend ist natürlich das Gewicht. Je nachdem, wie viel Gewicht das Ganze ist, kannst du da deutlich mehr verdienen. Dementsprechend ist das wahrscheinlich nicht unbedingt für alle interessant. Aber wenn du lange Haare hast und wenn du dann eben einige Haare auf dem Kopf hast und die verkaufen möchtest, dann kannst du da, ich sage jetzt mal so, um die 50 Euro verdienen. Es ist ganz cool. Es ist ganz einfach. Du bindest dir einen Zopf zusammen. Danach schneidest du den ab. Du füllst das Begleitschreiben aus. Du steckst den Zopf dann quasi in den Briefumschlag und frankierst das Ganze. Und du bekommst dann quasi das Geld dazu. Du kannst dir auch nochmal kurz erklären, das alles lesen, was da alles steht. Es ist ganz cool, finde ich. Aber eben, wie gesagt, du brauchst etwas längere Haare. Mindestens 32 Zentimeter. Und du wirst jetzt natürlich auch nicht extrem reich werden. Also, ich mag so ungewöhnliche Webseiten sehr gerne. Ist einfach ein bisschen was anderes. Seinen eigenen Haare Geld verdienen finde ich irgendwie lustig und irgendwie ganz nice. Warum nicht? Das waren dann auch schon die 5 Webseiten im heutigen Video. Lass dir sehr gerne ein Abo und ein Like. Das Ganze ist natürlich kostenlos, motiviert mich extrem. Du unterstützt den Kanal, den Algorithmus. Und natürlich gibt es hier 5 Videos die Woche. Alles rund um das Thema im Internet Geld verdienen. Du findest Videos mit einfachen Möglichkeiten, mit denen du Geld verdienen kannst. Hier zum Beispiel mit Umfragen, Videos und Spielerspielen und so weiter. Hier 500 Euro nur durch das Schreiben für 4 Buchstaben. Oder hier habe ich zum Beispiel 10 komplett neue Webseiten vorgestellt, die ich davor noch nie vorgestellt habe auf dem Kanal und so weiter. Sieh dich da einfach mal um. Du findest da alles, wie gesagt, auch Apps und Webseiten, Selbstexperimente und so weiter und so fort. Zieh dich da einfach mal um. Vielleicht ist da irgendwas dabei, was dich interessiert. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Glück dabei, wenn du im Internet Geld verdienen möchtest. Wir sehen uns morgen ja eh schon wieder. Dementsprechend würde ich sagen, bis morgen. Bis dann. Liebe geht raus. Vielen Dank für jeden Einzelnen, der meinen Kanal schon abonniert hat. Bis dann. Lass krachen. Und tschüss. Bis dann.